Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Kaiser Mario World. Heute werden wir das Level, äh, dieses Lava Level starten. Ähm, klar, gibt's nicht viel zu sagen. Ich kenn's aus anderen Let's Plays schon. Ähm, ja, ich hab da überhaupt keine Lust drauf. Sorry, das feiert mein Handy. Äh, ja, am besten wir starten das gleich, ohne lange hier rumzureden. Achso, richtige Tasse natürlich drin. So, ein paar Saufen hier. So, äh, hops. Ja, das war... Oh, nee. Das überlebe ich nicht. Kommt schon so. Nein, ich muss den Yoshi haben. Was? Wieso springen ich denn da so früh, hops? Was? Weh, weh, weh... Weh, weh... Weh! 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 das ist das schaue ich nicht tut mir leid, dass ich gerade so ruhig bin ich konzentriere mich hier gerade meine fresse ich kotze hier doch hin mit diesem scheiß mann wie soll das denn funktionieren bitte oh da diese scheiße immer ey hmmm hmmm oh komm schon Schweine we 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 Hm, da habe ich scheiße gesafe State. Ich bleibe da irgendwie in der Lava hängen. Was mache ich denn da? Ja, ja! Was? Nein! So. Safen? Hm, das war natürlich auch super von mir. Da muss ich den anderen Jump nehmen. Hm, nein! Was mache ich denn hier? Ach, komm! Ach, Mann! Nein! Nein! Ach, Mann! Oh, Mann! Safen! Aber hier muss ich mal dringend mehrere Safesates machen. Da safen. Safen. Also dieses... Ich verstehe das immer nicht. Wenn ich auf Laden klicke, dann springt er immer dieses Slot-Level ein. Weiter. Begreife ich immer nicht. So. Da laden. Hops. Nein. Dringend safen. Das war schon mal scheiße. Das war auch scheiße. Boah, Gott. Ah, verdammt. Nein. Ich muss da länger warten. Nein. Nein. Mann. Ich fahr doch da. Ich dachte, da hab ich's geschafft. Nein. Ich muss den Cooper haben, deswegen. Ich muss den Cooper haben, deswegen. Ich spring da zu schnell rüber, glaube ich. Ey, was hat ich denn nicht gegessen? Da vergesse ich da zu springen. Komm schon. Komm schon. Na, das war... Wusste ich. Ich wusste es. Na, ich musste da, glaube ich, wieder rüber. Nein. Nein. Komm schon. Komm schon. Warum ist er da nicht geschrungen? Ich hab auf springen gedrückt. Na, Mann. Dann rutsch ich da ab. Ey. 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 Geh da doch rauf, Mann. Na, das war ja aber richtig geil von mir. Hm. Ah, ich hab schon Krampf im Finger.